Hallo Fußballfrauen und willkommen zum Bundes-Sieger-Check. Heute steht der erste FSV Mainz 05 auf dem Programm. Wir werden auf die vergangene Saison schauen, wo man ja ganz ganz knapp am Abschied vorbeigeschlittert ist. Wir werden auf den neuen Trainer schauen, Sandro Schwarz, der ja Martin Schmidt beerbt, aber auch auf den kompletten Kader plus die Nutzgänge, die es in dieser Saison bislang schon gegeben hat. Die letzte Saison war zum Vergessen aus Mainzer Sicht. Obwohl man ja noch im Jahr zuvor Eurodick gespielt hat, konnte man im letzten Jahr überhaupt nicht daran anknüpfen. Man hat eigentlich kaum Leistungsträger verloren. Viele meinten ja, dass der Fußball von Martin Schmidt einfach nicht mehr wirklich so schlagbar war, wie er eben davor war. Beziehungsweise unschlagbar war, eher gesagt. Die Gegner konnten sich besser auf den Fußball einstellen, sagten ja viele auch Experten, viele Fans am Mainzer. Und somit klappt es dann eben nicht mehr so gut wie im Jahr davor. Am Ende ging Martin Schmidt, er konnte immerhin noch den Abstieg vermeiden. Man wurde 15. Punkt gleich mit dem VfL Wolfsburg-Aufgang 16. Also es war richtig, richtig eng. Dank der starken Offensive konnte man dann doch noch durch das bessere Torverhältnis den Abstieg vermeiden. Man musste nicht in die Relegation, man wurde 15. Aber klar ist auch, dass man so eine Saison nicht noch mal wiederholen will. Mainz hat vor allem in Sachen Neuzugänge dieses Jahr ordentlich was gemacht. Schauen wir erstmal auf den kollektiven Kader im Tor. René Adler, die neue Nummer 1, der ehemalige deutsche Nationaltorhüter. Janikud geht da jetzt nochmal 2 in die Saison, auch wenn er sich jetzt erstmal verletzt hat, 2 Monate ausfällt. Zudem hat man auch noch Florian Müller und Robin Zentner. In der Verteidigung Giulio Donati rechts hinten wohl gesetzt. Brosinski hat letztes Jahr oft links hinten gespielt. Durch den Nutzgang Zwerko würde ich ihn aber jetzt eher wieder rechts hinten einplanen. Dann Stefan Bell, Balogun, Hak, Bungat und Nutzgang Diallo, der von Monaco gekommen ist. Für die Innenverteidigung links, wie gesagt, Zwerko und Gaetan Bussmann, der wohl auch gesetzt sein wird. Im Mittelfeld, Jean-Bermont, der wieder fit ist, wird auch wohl eine wichtige Rolle spielen, wie auch die Latzer neben ihm auf der 6. Fabian Frey hat man dann noch zu, als Serdar, José Rodríguez und dann für die 10, Alexandro Maxim. Neutzgang von Stuttgart, Robin Kwaison ist ja im Winter gekommen und Philipp Klement, der ja wohl angreifen will. Für die Ausnahme hat er noch Levin Öztunali, Karim Unisivo, Gerrit Holtmann, Pablo de Blasis, Jairo Samperio und Nordzugang Victor Fischer, der aus England gekommen ist, verspricht man sich schon viel von und im Sturm Yoshinori Mutu, der wohl erstmal Stammspieler sein wird. Kolo hat man sich dann noch geholt, Emil Bergren hat man ja auch noch und Aaron Sadey. Also man hat schon ordentlich Veränderungen vorgenommen, ich glaube auch nicht, dass noch so viel passieren wird. Das ist auf jeden Fall der komplette Kader der Mainzer. Durch eben diese Neuzugänge und den neuen Konkurrenzkampf war es gar nicht so einfach, eine erste Elf festzulegen. Im Tor ist René Adler die klare neue Nummer 1. Jannik Uth hat ja da im letzten Jahr schon öfters mal gespielt. Er muss sich nun mal wieder hinten anstellen, wie gesagt, er ist ja auch verletzt, deswegen René Adler. Aber ganz klar die Nummer 1, Giulio Donati geht, weil er Stammrecht hat er ja in der Saison, wie auch in Stefan Bell natürlich. Und neben ihm habe ich jetzt erstmal auf Dialog gesetzt. Alexander Hack hat ja in der letzten Saison vor allem in der Rückrunde sehr, sehr häufig da gespielt. Ich glaube aber, dass ihm erstmal der Notzugang vorgezogen wird. Daneben, wie gesagt, auf jeden Fall Stefan Bell. Links hinten Gaetan Boussman. Auf der 6 geht es so wieder das zu mit Gieberman und Latza. Sollte sich da keiner von beiden verletzen werden, die gesetzt seien. Rechts für mich Levin Ötzenaldi, der U21 Europameister ist. Für mich auf jeden Fall klar gesetzt, wie auch auf der 10 Maxim. Links habe ich jetzt erstmal Fischer gesetzt. Aber man hat mehrere Alternativen, allein schon mit Jairo und De Blasis. Aber ich würde erstmal Fischer setzen, wie vorne auf Muto. Ich glaube schon, dass man ihm die Chance geben wird, die Nachfolge von Cordoba anzutreten. Das wäre meine SD-Elf. Schreibt eure SD-Elf der Mainz einmal gerne in die Kommentare. Neuzugang hat es, wie gesagt, schon ordentlich welche gegeben. Alexandru Maxim ist für 3 Millionen Euro von Stuttgart gekommen. Er soll wohl der verspätete Nachfolger für Mali sein. Bojan Krikic wurde ja in der Rückrunde ausgeliehen, konnte nicht wirklich überzeugen. Nun soll Maxim also auf der 10, ja, die Fäden ziehen. Abdu Diallo ist, wie gesagt, von Monaco gekommen. Der teuerste Neuzugang für 5 Millionen Euro. 21 Jahre jung, Riesentalent. Hat extrem viel Potenzial. Also ich glaube schon, dass der die Mainz da nochmal ordentlich bereichern wird in der Innenverteidigung. Victor Fischer ist zu 3 Millionen Euro aus Middlesbrough gekommen. Aus der Premier League. Er ist auch ebenfalls noch sehr, sehr jung. 23 Jahre alt. Galt ja mal als eines der größten Ligtsaußentalente. Seine Karriere ist etwas in Stocken geraten. Ich bin gespannt, ob man das jetzt bei Mainz wieder hinkriegen wird. Und Kenan Kodro ist von Osasuna gekommen, aus Spanien, aus der 2. Liga für knapp 2 Millionen Euro. René Adler, sicherlich der noch prominenteste, ist ab und zu frei vom HSV gekommen. Das sind also die Neuzugänge der Mainzer. 13 Millionen Euro hat man knapp ausgegeben. Aber ich finde, dass man richtig, richtig gute Spieler hinzugeholt hat. Also sehr, sehr gutes investiertes Geld, das man da ausgegeben hat. Auch wenn man richtig, richtig starke Neuzugänge geholt hat, schmerzt natürlich der Abgang von John Cordova. Er war mit der beste Mainzer der vergangenen Saison, hat richtig, richtig gut gespielt, viele Tore gemacht. War Stammspieler im Sturm, Leistungsträger ist nun gegangen für 17 Millionen Euro nach Köln. Ich denke mal, die Summe entschädigt es schon so ein bisschen, dass man den Leistungsträger verloren hat. Bei Mainz kann man eigentlich nicht Nein sagen. Ich meine, er ist für 5 bis 6 Millionen Euro gekommen, jetzt für 17 Millionen weiterverkauft worden. Also das ist die Philosophie der Mainzer, junge Spieler für wenig Geld holen, am Ende teuer weiterverkaufen, deswegen passt das perfekt. Man muss ihn am Ende für die Summe abgeben, Florian Niederlecht hat man ja auch. Dann Dauer aufziehen lassen an Freiburg für 2,3 Millionen Euro und Pierre Bengts dann ebenfalls an Kopenhagenverkauf für eine Million. André Ramaglio hat man ja ausgeliehen, letztes Jahr gehabt von Leverkusen ist zurückgegangen, wie auch Bojan Krikic. Und somit hat man insgesamt 20 Millionen Euro eingenommen. Gerüchte um Neuzeilen gibt es, weil Mainz haben momentan gar keine. Sie wollten schnell alle Spieler beisammen haben, das haben sie auch getan. Ich glaube nicht, dass da noch was passieren wird in Sachen Abgängen. Könnte durchaus noch was passieren. José Rodriguez wurde ja schon im letzten halben Jahr verliehen. Er könnte die Mainzer wohl noch bei einer passenden Ablösung nur verlassen. Nizza wurde da zuletzt genannt und auch Karim Unisivo. Könnte zurück nach Österreich kehren. Austria-Wien hat Interesse. Er hat ja einen Marktwert von 1,5 Millionen Euro. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ich Wien den Österreicher schnappen würde. Ich denke mal, da wäre auch die Ablösung jetzt kein großes Problem. Das wären auch so zwei Spieler, wo ich mir auf jeden Fall vorstellen könnte, dass die Mainz verlassen werden. In Sachen Neuzugänge wird meiner Meinung nach auf jeden Fall nichts mehr passieren. Außer vielleicht, es würde noch Verletzungen geben, aber sonst wird alles so bleiben, wie es ist in Sachen Neuzugänge. In Sachen Abgängen wird es wohl noch ein bisschen Bewegung geben. José Rodriguez und Unisivo sind sicherlich Kandidaten für einen Abschied. Mainz verlifft einen neuen Trainer und der neue Trainer passt perfekt in die heutige Zeit. Sandro Schwarz ist gerade mal 38 Jahre jung. Er passt zur Generation Nagelsmann, Tedesco etc. und die anderen ganzen. Also er ist auch einer der jüngeren Trainer. Er bringt seine eigenen Ideen mit und er ist ja auch fast schon Mainzer Urgeschein auf der Trainerbank, wenn man so will. Er hat lange bei der U23 gearbeitet. Klar, er ist mit der U23 nun abgestiegen, aber er passt einfach perfekt zu Mainz. Und ich halte ihn für den perfekten Trainer, der jetzt nach Mainz passt. Man hat ja auch schon gesehen bei Mainz. Man hat Klopp sozusagen entwickelt, Tuchel entwickelt. Und natürlich auch Schmidt war gar kein Fehlgriff, muss man einfach so klar sagen. Er hat Mainz nach Europa geführt. Nun also Sandro Schwarz. Meiner Meinung nach kann das wirklich gut laufen. Man muss der Mannschaft natürlich auch Zeit geben. Aber wenn man der Mannschaft Zeit gibt, was ich schon glaube, dass das Ruven Schröder machen wird, wird das Duo Schröder und der neue Trainer Sandro Schwarz auf jeden Fall sehr, sehr gut funktionieren. Nachdem man in der vergangenen Saison den Abstieg so gerade verändern konnte, wird sicherlich das Ziel dieses Jahr sein, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Ich glaube nicht, dass man sich zu hohe Erwartungen steckt. Deswegen fände ich den 14. Platz als eine realistische Erwartung. Es kann sicherlich noch ein, zwei Plätze höher sein, aber vielmehr sollte man von den Mainzern in diesem Jahr einfach noch nicht erwarten. Aber man hat an einigen Stellen des Kaders Veränderungen vorgenommen. Man hat ein sehr junges Team. Dem muss man noch ein bisschen Zeit geben. Plus einen neuen Trainer, der auch noch sehr jung ist. Ich glaube schon, dass der 14. Platz realistisch wäre, dass mit dem schon alle zufrieden wären. Es wäre jetzt kein Platz, wo man ausrasten würde vor Freude. Aber es wäre ein souveräner Mittelfeldplatz. Wenn man nichts mit Abstieg zu tun hat, werden am Ende der Saison sicherlich alle mit der Saison zufrieden sein. Mainz 05 hat sich vor der Saison jetzt ein bisschen anders aufgestellt. Neuer Trainer, ein paar gute neue Spiele. Also wird sicherlich einiges neu sein. Vielleicht wird man auch eine andere Art Fußball spielen. Aber klar ist auch, dass man nicht zu viel erwarten sollte. Man hat wie gesagt ordentlich Veränderungen vorgenommen. Man hat ordentlich Geld ausgegeben durch den Verkauf von Cordoba. Auch ordentlich Geld eingenommen. Aber klar ist auch, die Mannschaft muss sich mit dem Trainer zusammen erstmal entwickeln. Und wenn das klappt, glaube ich schon, dass man eine gute, solide Saison spielen kann. Und dessen Ende man nichts mit dem Abschied zu tun hat und im sicheren Mittelfeld landet. Das war also die Folge über Mainz. Es gibt jetzt nur noch vier Teams, die zur Auswahl stehen. Das wären Hannover, Dortmund, Schalke und Bayern. Heute wird es noch die weitere Folge geben. Da ist Hannover unser Team. Was wir unter die Lupe nehmen werden. Deswegen gibt es heute keine Abstimmung. Danach oder in der nächsten Folge gibt es eine Abstimmung, welches Team wir dann machen. Ob Dortmund, Schalke oder Bayern. Auch wenn ich wahrscheinlich Schalke zum Schluss mache, wird dann eine Abstimmung sein, ob Dortmund oder Bayern morgen als erstes drankommen soll. Also morgen wird es dann die beiden Folgen mit Dortmund und Bayern geben. Am Samstag dann die Folge mit Schalke und meiner Abschlusstabelle. Heute wird, beziehungsweise heute Abend, wird dann noch Hannover 96 dran sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über Kritik und natürlich auch einen Daumen nach oben freuen. Wäre auf jeden Fall top, wenn ihr auch in den nächsten Folgen dabei seid. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen. Zweite Bundesliga-Check steht ja auch noch an mit der zweiten Liga. Ich freue mich drauf.